Bundesinnenminister Thomas de Maizière war am Mittwochabend Gast bei einem Forum zum Thema Ehrenamt im Kamenzer Ortsteil Thunberg. Der Kreis Sportbund Bautzen hatte im Vorfeld engagierte Vereinsmitglieder, Sportverantwortliche sowie weitere Politiker eingeladen, die sich an dem Gedankenaustausch beteiligten. Dazu stellte der Innenminister klar, dass nicht nur Vereinsvorsitzende oder Cheftrainer für die Entwicklung des Sports wichtig sind, sondern auch alle Eltern, die den Nachwuchs zu Wettbewerben und Trainingseinheiten bringen. Außerdem standen Fragen der Mitgliedergewinnung im Fokus des Abends, bei dem auch alle anwesenden Bürger Fragen stellen konnten.